Willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass Sie wieder eine nette Runde hier beisammen haben an unserem zweiten Tag mit Vitero Inspire Lernerlebnisse schaffen. Was sind da die Voraussetzungen? Was sind vielleicht Tipps? Was geben wir vielleicht auch als Tool mit oder können Ihnen heute sozusagen als Hinweise mitgeben? Das ist sozusagen der gedankliche Leitfaden jetzt. Die nächsten Pi mal Daumen 30 Minuten. Orientierung und Transparenz, das sind schon mal zwei ganz wichtige Begriffe. Sie wissen ja, Vitero kommt aus der Fraunhofer Forschung und da haben wir eben festgestellt, dass das ganz wichtig ist. Den Teilnehmern, wenn sie schon in den Raum kommen, entsprechend Orientierung zu geben. Das ist einer der Gründe, warum Vitero vom grafischen Bildschirmaufbau so anders ist als die anderen Systeme, die Sie vielleicht kennen. Was natürlich auffällt, wir sitzen hier quasi um einen Tisch herum. Oben und seitlich sehen Sie sich selber und die anderen Akteure, jeder nimmt einen Platz ein und jeder nimmt das wahr. Wenn jemand reinkommt, wenn jemand rausgeht, auch wer wo sitzt, das ist für alle gleich und immer auf einen Blick einsehbar. Das gibt Orientierung. Auch, dass man selber Fläche einnimmt. Ja, so wie man in ein Seminar geht, da setzt man sich auf einen Stuhl. Das ist mein Platz, das ist mein Raum jetzt hier. Diesen Raum haben Sie hier auch als, bzw. Ihr Repräsentant natürlich, dann hier Ihr Avatar. Sie sehen übrigens auch, wer welche Rolle gerade inne hat. Ich zeige das mal mit unserem Highlighter. Ja, hier oben zum Beispiel jetzt die Frau Bleich als Moderatorin und ich daneben als Referent, ja, in unseren Avataren. Sie sehen auch, wir haben hier diese Mikrofone, plus minus mal Webcam und das entsprechend hervorgehobene Namensschild. Das illustriert, wir sind jetzt in der Moderations- oder in der Präsentationsrolle. Also auch die Rolle wird sofort klar, so wie es ist, wenn Sie in einen Realraum reingehen, der vielleicht die Seminar schon begonnen hat. Sehen Sie, da steht einer vorne. Ja, das wird ja wahrscheinlich jetzt der Trainer sein oder die Person, die gerade präsentiert oder beides. Orientierung gibt auch der Highlighter, das, was ich gerade gezeigt habe. Ich bin jetzt zum Beispiel hier mal auf diese Objekte unter meinem Avatar-Referenz hier, Mikrofon, Kombi-Token und das Webcam-Token, was ich einem Teilnehmer dann auch hinschieben kann, um ihm das Rederecht zu geben. Ja, dieser Highlighter, auch der gibt unglaublich Orientierung. Auch das haben wir in der Forschung halt festgestellt. Jemand, wo stelle ich denn jetzt mein Audio ein? Wo kann ich mich denn hier melden? Wo geht das nochmal im Tech-Chat? Sie können auf die Werkzeuge der Teilnehmer referenzieren. Sie können den Teilnehmer entsprechend hier helfen und das ist natürlich auch ganz wichtig. Highlighter wieder weg. Ja, Sprechrecht und Stummschaltung. Das ist sozusagen die zweite Geschichte. Man macht ja dann immer so gerne Usability-Tests, wenn man Software sauber vorbereitet, sozusagen für den Produktivbetrieb. Aber wir wollten natürlich erstmal die Erkenntnis gewinnen in der Forschung und das heißt, was ist mal etwas, was man ständig macht in so einer virtuellen Sitzung? Ja, klar, der eine redet, der andere redet. In Trainings ist es ja meistens so, es gibt ja sowas wie einen Trainer, sprich ein Moderator, ja, der das Rederecht auch vergibt. Also es ist dann eine häufige Tätigkeit, die man hat in so einer Situation. Man schaut, wie geht das eigentlich? Funktioniert das? Und die ganzen Störungen, die damit verbunden sind. Oh ja, ich habe mich ja gerade stumm geschaltet. Hey, du musst dich erstmal freischalten. Hinterher räuspert man aber zu viel. Ah, bitte schalte ich aber jetzt auch wieder stumm, sonst stört das zu viel die anderen. Oder im Hintergrund Großraumbüro, all die Geschichten. Deswegen, das kann auch der Trainer machen, ja. Deswegen im Standardsetting eines Seminares, eines Webinares in Vitero sind Sie als Teilnehmer erstmal stumm geschaltet. Der Trainer hat Ihnen ja noch gar nicht das Wort gegeben, ja. Und wenn er Ihnen das Wort gibt, wer mag kurz mal mit mir spielen, ausprobieren, meldet sich jemand mal kurz freiwillig, dann können wir das gerne demonstrieren. Frau Drecher, vielen Dank. Jetzt nehme ich den Mikrofontoken oder ich nehme jetzt mal den Webcam-Kombitoken und lege es Ihnen vor das, vor Ihren Avatar. Und jetzt haben Sie das entsprechende Rederecht und wenn Sie den Dialog noch bestätigen, dann das Webcam in der Mitte oder eben auch nicht. Das ist, aber das Rederecht hat man auf jeden Fall. Super. Ja, vielen Dank. Gebe ich Ihnen auch gerne gleich wieder zurück. Ja, vielen Dank. Ja, und das können Sie dann auch selber das Mikrofon weglegen, wenn Sie wollen, wenn es der Trainer vergisst. Also kann dann auch der Teilnehmer unterstützen natürlich mal den Trainer oder man nimmt das wieder weg. Und Sie sehen bei Frau Drecher, sie ist heute per Mikrofon, per Telefon dabei. Das funktioniert sogar per Telefon. Ich war jetzt neulich in einem Wettbewerbssystem. Da ist man dann zweimal eingeloggt. Ja, dann ist man gleich zwei Teilnehmer. Einer sozusagen über den Rechner und einer übers Telefon. Wie wollen Sie das denn vernünftig moderieren? Das heißt sogar dieses Rederecht und Mikrofon freischalten in dem Moment, das funktioniert sogar bei den Telefonteilnehmern. Das muss ich jetzt als Trainer gar nicht auffassen. Ist er denn jetzt über VoIP dabei oder ist er über Telefon dabei? Funktioniert genauso. Eine Regel ist ganz wichtig, zumindest in einer kollaborativen Trainingssituation und wir hoffen ja immer, dass es kollaborativ ist, dass man sich austauscht und dann kann es durchaus sein, ich gebe jemandem das Wort und der ist vielleicht gerade gar nicht da. Und dann hört man den Reden und denkt, was redet der denn da? Das bezieht sich doch gar nicht mal auf meine Frage. Naja, der hat einen Telefonanruf gekriegt. Der spricht gerade mit jemand anders. Und alle schön hören zu. Das sind solche Störungen und Missverständnisse, die wir halt frühzeitig in der Forschung erkannt haben und gesagt, okay, da muss es doch eine Lösung geben. Ja, und die Lösung ist im Prinzip eine Regel vereinbaren im virtuellen Raum und die heißt dann im Prinzip, drück doch bitte die Kaffeetasse, wenn du kurz mal nicht da bist. Das heißt nämlich dann für die anderen, komme gleich zurück, bin kurz mal, kurz mal weg. Tamara, vielleicht kannst du es kurz mal an deinem Avatar demonstrieren. Das sehen Sie jetzt hier oben an ihrem Avatar. Jetzt hat sie die Kaffeetasse. Dann ist auch der Audiokanal in beide Richtungen unterbrochen. Das hat ja auch was mit Datenschutz, mit vertraulichen Informationen, mit Privatsphäre zu tun. Und für die anderen ist es wiederum transparent. Ah ja, kommt gleich wieder, ist gerade nicht da. Um die Situation klar zu halten. Da sind wir schon beim ersten Tipp, hier unten zur Orientierung, Tipp. Holen Sie die Teilnehmer ab, wenn es losgeht. Ja, oder wenn sie in den Raum kommen, faktisch nicht, wenn es losgeht, wenn sie in den Raum kommen, ich muss mich korrigieren. Holen Sie die Teilnehmer ab. Technisch, ja, deswegen heute sogar mit Support, Unterstützung, das ist bei größeren Gruppen dann immer ganz, ganz sinnvoll. Alles wird gut, ich helfe dir. Aber auch mental, ja, dass man sich wohlfühlt. Das heißt auch möglichst emotional, dass man sagt, hier bin ich und hier will ich sein. Wohlfühlfaktor. Zur Orientierung und zum Ankommen nehmen Sie sich am Anfang die Zeit, um gemeinsam auszuprobieren. Gerade wenn es jetzt ein neuer Raum ist, in den Sie kommen, ein neues Tool, aber auch, dass die Gruppe sich entsprechend finden kann. Werde ich gehört? Werde ich wahrgenommen? Das sind Dinge, die wahnsinnig wichtig sind. Man spricht in der Forschung auch von Group Awareness, von Social Awareness, von der Akzeptanz im virtuellen Raum. Ja, es gibt ja quasi verschiedene Effekte, auf die man aufpassen muss. Das eine ist die Extremis Cognitive Load, ja, alles möglichst einfach zu halten, dass eben nicht so viel unnötige Denkleistung abgeht vom Lernprozess oder eben als Trainer auch von der Moderation und von der Lernvermittlung in der Gruppe. Deswegen alles so schön untersucht, auch in Vitero, dass es möglichst einfach von der Hand geht, dass es erwartungskonform ist, dass Informationen beisammen sind. Und aber eben auch für den Teilnehmer ganz wichtig, ja, dass er sich gleich einbringen kann. Natürlich, wenn der Trainer das möchte, seid ihr dafür, seid ihr dagegen, aber auch spontan. Und das probieren wir gerne jetzt mal zusammen aus. Hier melden Sie sich gerne mal, ich werde Sie nicht dran nehmen. Probieren Sie mal die Sprechblase aus. Einfach drauf losschreiben, nur der Browser oder die Anwendungsvortei braucht den Fokus. Sie können sofort schreiben, Return-Taste drücken und schon ist es in der Sprechblase zu sehen und benutzen Sie gerne auch die Emojis. Die ganzen Elemente finden Sie hier im unteren Bereich immer für Sie da. Ja, Sprechblase können Sie natürlich auch per Cursor aktivieren, aber Sie können auch einfach drauf losschreiben. Und das ist sozusagen dann die Aufforderung an die Teilnehmer, nutzt das einfach auch. Ich möchte Feedback von euch haben, ja, Teilnehmer ernst nehmen und wahrnehmen. Ja, was ist wichtig? Extremes Cognitive Load hatte ich erwähnt, unnötige Denkleistungen, zum Beispiel dadurch, dass wir diese Avatare benutzen, dass wir wichtige Informationen, die sich auf eine Person bezieht, gebündelt am Avatar zu sehen. Wie sieht er aus? Wie heißt er? Hat er gerade Rederecht? In welcher Rolle befindet er sich? Das sind natürlich ganz wichtige Informationen. Oder auch die Sprechblase direkt am Avatar. So, was er gerade aktuell sagt. Normalen Packshed, wie Sie ihn von anderen Systemen kennen, gibt es natürlich auch hier im rechten Bereich, kann man natürlich auch entsprechend aufrufen. Ganz wichtig, what you see ist what I see, ja, dass wirklich immer alle das Gleiche sehen, oder wenn es einen Unterschied gibt, wird das über ein entsprechendes Element dargestellt. Wie beim Herrn Fowoden beispielsweise, der jetzt eine andere Anwendung seinen Fokus hat, sehen Sie über diesen virtuellen Monitor hier oben. Ja, das kann ja durchaus sein, man macht sich Notizen vielleicht, wenn man sagt, lest mir ein PDF durch, dann weiß man aber, wer gerade was sieht, wo der entsprechende Fokus ist. Und das alles möglichst angelehnt an der Präsenz. Ja, hier nochmal als große Folie, nehmen Sie Ihre Teilnehmer wahr, sprechen Sie nicht in ein schwarzes Loch hinein und da hilft Ihnen natürlich auch Vitero, Sie schauen auf die Gesichter, auf die Avatare der entsprechenden Teilnehmer. Und umgekehrt involvieren Sie die Teilnehmer, warum ist das denn so wahnsinnig wichtig? Klar, das ist natürlich auch in der Präsenzseminar wichtig, im virtuellen Raum nochmal viel wichtiger. In der Forschung spricht man hier vom sogenannten Lurking-Phänomen, das heißt, die Teilnehmer, die pennen mir sonst ein, dösen ein oder manchmal ist es ja nicht ganz so schlimm. Wenn man jetzt nur Folienvortrag macht und durch Folien blättert und die Teilnehmer nicht beteiligt, dann riskieren Sie aber natürlich, es werden nebenbei E-Mails gecheckt, es werden YouTube-Filme geschaut und all diese Dinge. Und das können Sie verhindern und dann macht es auch den Teilnehmern viel mehr Spaß. Wir machen gleich mal ein Beispiel und da schließe ich jetzt mal meine Webcam und mich würde interessieren, wie groß sind denn die Lerngruppen typischerweise? Die Sie betreuen als Trainer oder die es bei Ihnen im Unternehmen so gibt oder wenn Sie ein Lernanbieter sind, ein Bildungsanbieter, die Sie so haben. Dazu suche ich jetzt mal ein Werkzeug hier aus. Das können wir mal mit der, mit Klebepunkten machen und ich wähle die jetzt mal personalisiert aus. Einen Haken und jetzt haben Sie in der Mitte den Dialog, werden zu dem Werkzeug hingeführt und können dann diesen Haken links auf die Folie setzen. Auch hier ganz bewusst Stress von den Teilnehmern nehmen. Die müssen sich jetzt nicht groß in so einem Malprogramm zurechtfinden. Sie wählen das Werkzeug für die Teilnehmer aus und ist das alles so schnell und so einfach möglich. Okay, die meisten sind zwischen 10 und 40, also quasi die wunderbare Größe, um kollaborative Trainings zu machen. Wenn es noch kleiner ist, ist es natürlich umso besser. Aber auch für große Gruppen haben wir verschiedene Dinge entwickelt, die Sie unterstützen. Die goldene Methode der Kollaboration für kleine und mittelgroße Gruppen ist die Kartenabfrage und die Punkteabfrage, also direkt auf der Folie interagieren, die Sie vielleicht mitgebracht haben und vorbereitet haben als Trainer. Das ist natürlich eine ganz wunderbare Geschichte. Und gestern hatten wir einen Vortrag von Referentinnen von Beiersdorf, die haben gesagt, ja, es ist immer so überhaupt, ja, Webinare, Präsenz wäre halt schon besser, so richtig gut ist das ja nicht. Und sie haben gesagt, nein, es ist vielmals umgekehrt. Es ist sogar besser. Wir haben die Erfahrung gemacht, es ist oftmals besser mit den Webinaren. Warum? Weil du kannst alle Teilnehmer so schnell und so einfach involvieren, als würden sie immer gemeinsam vorne an der Tafel stehen und was gemeinsam machen. Ja, zum Beispiel diese Kartenabfrage auch in der Realität, das braucht ja so lange, bis man die Karten verteilt hat, bis man die Filzstifte verteilt hat. Dann ist die Hälfte eingetrocknet, dann müssen die alle wieder nach vorne kommen. Dann kann man die Schrift nicht lesen, dann muss man es hinterher wieder abfotografieren. Dann macht man das natürlich nur relativ selten. Ja, wir haben gesagt, wir machen das alle fünf Minuten, machen wir eine Interaktion. Ja, und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. So können Sie die Teilnehmer wunderbar beteiligen, ohne dass es kompliziert wird und lange Zeit braucht. Jetzt würde mich interessieren, das machen wir jetzt mal als Interaktionsbeispiel, wann machen Ihnen Trainings persönlich am meisten Spaß? Sie können dann entscheiden, ob als Teilnehmer oder als Trainer. Ich würde jetzt mal, auch in der Gruppengröße können wir, glaube ich, zwei Karten entsprechend verteilen. Auch das bereite ich wieder für Sie vor. Ja, Sie müssen jetzt nicht viel wissen. Machen wir es mal als personalisierte Kartenabfrage. Ich wähle jetzt zwei aus und Sie kennen das jetzt schon, in der Mitte haben Sie jetzt wieder die Unterstützung durch den Dialog. Und im rechten Bereich können Sie dann in Ruhe die Karten beschriften und dann einfach rüberziehen. Wenn Sie Lust haben, können Sie auch Form und Farbe verändern. Das ist natürlich dann praktisch, wenn man das Ganze noch klastern will später. Aber das ist jetzt in unserer Übung hier nicht so notwendig. Und Sie sehen, wie einfach das ist. Und das ist, bei Viteo ist da auch ein rechter Rollenmanagement dahinter. Ja, Sie bereiten es vor als Trainer. Sie können Duplikate löschen, aber nicht die Texte der anderen. Die Teilnehmer können auch nicht untereinander ihre Objekte verändern oder modifizieren. Also ein Konzept, was destruktiv sicher ist, ja, was Sie eben so einfach und schnell miteinander durchführen können. Und so in kürzester Zeit ein sehr differenziertes Feedback von den Teilnehmern bekommen. Dann können Sie das Ganze auch abfotografieren. Auch da können wir den Unternehmen was mitgeben. Sonst ist es nicht erlaubt, es ist nur dem Trainer erlaubt oder allen erlaubt. Hat ja auch mit Datenschutz und Betriebsvereinbarung zu tun. Und jetzt habe ich es hier mal für alle fotografiert. Und dann könnten wir schon die nächste Interaktion entsprechend da drüber legen. Die Multiple-Choice-Umfrage, die klappt natürlich dann auch in großen Gruppen. Ja, das können Sie dann auch mit ein paar hundert Leuten machen, genauso wie in kleinen. Auch das eine wunderschöne Möglichkeit der Interaktion. Was wunderbar klappt, und das können Sie tatsächlich in nahezu allen Gruppengrößen machen. Man denkt immer, ja gut, in ganz großen Gruppen wird es dann auch schwierig. Wir hatten es aber bei Audi, die große Anlasskonferenz mit über 100 Trainern. Dann gab es ein Plenum, wo alle zusammen waren. Dann haben Sie es aber verteilt in einzelne Arbeitsgruppen, Dinge erarbeitet und sind dann wieder zurück. Das heißt, das können Sie sogar in allen Gruppengrößen das Konzept machen. Wir haben hier auch da besondere Dinge eingebaut für Sie. Weil wenn Sie die Kleingruppenarbeit machen, haben Sie trotzdem als Trainer die Fürsorgepflicht. Sie können ja nicht in allen Nebenräumen gleichzeitig sein. Aber es gibt einen Gong wie in der Schule, den Sie machen können. Hier, pass mal auf, jetzt bitte zurück. Sie können in alle Räume gleichzeitig Textnachrichten verschicken. Sie können auch als Teilnehmer, als Gruppe sagen, oh, pass mal auf, ich komme hier nicht weiter. Ich brauche den Trainer, dann können Sie ein entsprechendes Element hier setzen, zum Beispiel Ausrufezeichen, komm ganz schnell, wir kommen nicht weiter oder wir haben eine Frage oder wir sind schon fertig oder wir brauchen noch Zeit beispielsweise. Das ist natürlich dann sehr, sehr schön, dass Sie den Teilnehmern, obwohl sie sich verteilt haben, trotzdem eine gute Unterstützung zukommen lassen können. Herr Poboden, Sie haben sich gemeldet? Ja, ich habe eine Frage dahingehend. Der Rundruf und Gong, da geben Sie Herrn, die nur schriftlich oder akustisch. Habe ich oder ist es geplant, in Zukunft auch die Möglichkeit zu schaffen, sprachlich in die Nebenräume reinzugehen und die Leute zurückzuholen? Genau, das kennen Sie doch von Essentials, glaube ich, von der Vorgängergeneration. Das ist etwas, was momentan nicht drin ist. Dazu gibt es tatsächlich auch ein Ticket, Entwicklerticket, aber noch keinen ganz konkreten Termin in der Roadmap. Okay, danke. Wir haben es in der Schnelle, nicht tatsächlich diese Variante nicht eingebaut, nur Hintergrundinformation, weil wir auch sagen, es muss auch für die Telefonteilnehmer funktionieren. Ja, und das ist eine relativ komplizierte technologische Sache und deswegen haben wir die Variante momentan noch ein bisschen zurückgestellt. Aber ich denke, klar, die Scans vermissen es vielleicht ein bisschen, aber mit den Möglichkeiten Gong und Textnachrichten und auch mit dem Feedback, was ja neu jetzt ist, dass die Teilnehmer über die Elemente über die Elemente Feedback geben können und eine Nachrichtenfunktion, die über alle Nebenräume hinweg funktioniert, auch in Untergruppen, ist, denke ich, eine wunderbare Möglichkeit in jedem Fall. Ja, nutzen Sie verschiedene Medien, ja, Webcam haben wir am Anfang genutzt, können Sie natürlich genauso nutzen, wenn Sie beispielsweise ein produzierendes Gewerbe sind, also Audi, gerade das Beispiel nochmal daran angeknüpft, die natürlich dann oft ein Auto zeigen, wo gerade was repariert wird oder wo das neue Modell vorgestellt wird. Da macht das natürlich Sinn, sehr viel das auch zu verwenden. Folien, wie wir es jetzt gemacht haben, Screensharing, um was zu zeigen, nicht nur für Software-Schulung, sondern ist natürlich auch für die Interaktion sehr schön. In Vitero gibt es die virtuelle Maus, die Sie mit dem Teilnehmer vor den Avatar setzen können, dass er in Ihrer Software interagiert, das ist natürlich etwas, was wunderbar ist. Sie können mit Audiodateien arbeiten, nicht nur für den Sprachunterricht, sondern um die Sitzung auch mal aufzulockern, so wie wir es am Anfang beispielsweise gemacht haben. Oder Sie können mit Videoclips arbeiten, gerade die großen Unternehmen arbeiten natürlich, haben ja Riesenbibliotheken mit Videoclips, das ist vielleicht etwas, was wir kurz zeigen können. Das können Sie vorbereiten, auch Ihren Trainern vorbereiten, dann liegt das alles schon im Management-System, im Hintergrund und Sie müssen es entsprechend nur noch auswählen, das entsprechende Element hier, um beispielsweise etwas besser zu erläutern. Ich starte das mal, kurz das Beispiel. Ja, das ist zum Beispiel der Anzeigemodus, wo Sie ranzoomen können, also das, was Frau Bleich vorhin gezeigt hat. So etwas kann man dann eben auch schön über ein Video hier in der Mitte zeigen, synchron für alles. Also Sie können auch darüber was erklären, das läuft dann zeitgleich bei allen ab. Das ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit dann für den Methodenwechsel. Erfolgsfaktoren, darauf kommt es an. Ganz klar eine Wohlfühlatmosphäre erzeugen, ja. Also wir sagen, das ist der Job des Trainers, die Teilnehmer wahrnehmen, einbeziehen, helfen. Ja, man spricht da ja in der Forschung von Group Awareness, von Social Awareness. Das ist einfach wichtig, damit dieses Lurking-Phänomen eben nicht sich ausbreiten kann. Das kann man dann kollaboratives Lernen ermöglichen, viele Interaktionen machen, wenn man die Möglichkeit hat, einen Methoden, Methodenmix kann man immer machen, Medienmix in bestimmten Grenzen auf jeden Fall auch. Und was natürlich immer sehr, sehr wichtig ist, auch zu evaluieren, dass wir uns in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess befinden. Jetzt sagen Sie vielleicht, oh Gott, was muss ich denn als Trainer sonst noch alles können? Das ist doch der Wahnsinn. Das ist doch unglaublich schwierig und kompliziert. Das ist es eigentlich gar nicht. Sie können es sich eigentlich ganz einfach machen. Sie können sogar weiter mit PowerPoint arbeiten, ja. Nur Sie bauen halt dort dann die Interaktionen ein oder die Folien, die heißt, okay, da muss ich jetzt was machen, damit die Leute ankommen, ja. Hier mache ich jetzt meine Interaktion oder hier mache ich jetzt die Medienwechsel. Dann blättern Sie zwar auch durch Folien, aber bauen die Interaktionen ein, haben dann die Orientierung, haben dadurch sozusagen Ihr Storyboard, Ihr Skript geschrieben. Dann aber umgesetzt in Ihre Folien und das gibt dann Ihnen auch wieder eine gute Orientierung und einen guten Leitfaden durch das Training. Jetzt sagt man ja so hier, Zahnarzt, achte auf meine Empfehlungen, immer regelmäßig Zähne putzen und wenn man es nicht macht, ja, dann gibt es die Karies. Die Karies hier bei einem Webinar, bei einem Live-Training wäre oder ist die fehlende Akzeptanz. Und das ist dann eben keine Basis für Lernerlebnisse, sondern die müssen Sie schaffen, sonst haben Sie eben keine geringe Nutzung, kostet unnötig Geld und Zeit. Der Mehrwert, den haben Sie dann eben nicht und letztendlich sind nicht nur die Teilnehmer, sondern Sie sind natürlich auch selber als Trainer frustriert. Umgekehrt, wenn man auf diese Dinge achtet, dann hat man eine wunderbare Basis für Lernerlebnisse. Klar ist natürlich auch Kreativität gefragt, Humor ist hilfreich, aber dann kann man attraktive Lernwelten in einer guten Gruppenatmosphäre generieren, mit Interaktionen, mit gut kombinierten Inhalten, dann erzielt man Aufmerksamkeit und nutzt aber die vernünftige Lernbegleitung, damit die Teilnehmer sich aufgehoben fühlen und letztendlich dann auch ein Vertrauen haben. Und beim nächsten Mal sagen, das hat Spaß gemacht, ich wünsche mir auch nach Corona wieder an tollen Webinaren teilzunehmen. Und ganz, ganz wichtig natürlich für die Effektivität Ihres Trainings, weil das ist ja das Ziel, dass Sie effizient und effektiv als Unternehmen arbeiten können. Wir unterstützen das, es ist gar nicht ein Hexenwerk, sehr punktgenau. Genau, ein Basistraining, zwei weitere Termine im Aufbautraining, also drei Termine und Sie bekommen in einer Kleingruppe mit maximal sechs bis acht Teilnehmern, hier sogar bis sechs Teilnehmern, üben Sie gemeinsam ein, was ist denn notwendig, um mich vorbereiten zu können als Trainer für Live-Trainings. Sehr, sehr punktgenau wird das hier eingeübt, Theorie-Teil und Praxis-Teil bei Summon. Ja, und dann machen wir natürlich nicht Schluss mit dem, was möglich ist. Wir sind ja schon am zweiten Tag, arbeiten wir weiter daran, Sie als Trainer zu unterstützen, dass ein Training möglichst zu einem Erlebnis wird. Und da wird es ein Feuerwerk an weiteren Möglichkeiten geben. Vielleicht haben Sie Lust, heute Nachmittag, falls Sie gestern nicht dabei waren, eben mein zweiter Vortrag, nach dem tollen Vortrag von IMC, Herrn Becker, halte ich dann diesen Vortrag noch. Vielleicht haben Sie ja Lust, wird es bestimmt spannend. Kann ich schon mal versprechen, weil wir zeigen sehr, sehr viel, in dem Fall nicht nur Folien, sondern verändern auch den Raum, weil wir sind ja hier im Prototypen, wie erwähnt. Dann noch ein Tipp, falls Ihnen Vitero gefällt und Sie nutzen es noch nicht in Ihrem Unternehmen, sagen, Vitero ist ja wirklich klasse und gehen dann zur IT und sagen, könnt ihr nicht Vitero kaufen? Dann kommt euch rein und sagen, ach du, wir haben doch schon ein Tool. Oder ja, bei Microsoft ist doch schon was dabei. Da eine Information für Sie, das ist völlig normal. Sie haben natürlich schon was, bei Microsoft ist es bei Teams dabei. Etwas anderes. Eine mögliche Antwortmöglichkeit wäre dann, Sie können sagen, na gut, wie ist es mit unserer Marketing- und Designabteilung? Da sagt ihr doch auch nicht, ja bei Microsoft ist irgendwie Paint und Foto dabei. Nehmt doch das, sondern Sie brauchen ja auch Ihr spezialisiertes Tool und genauso ist es hier auch, Sie brauchen ein spezialisiertes Tool, was auf Methodik, Didaktik ausgerichtet ist. Und Methodik, Didaktik sagt möglicherweise der IT auch nicht so arg viel, weil die sind ja eben andere Disziplinen. Deswegen unterstützen wir Sie auch hier. Da glaubt man dann eher sozusagen an zählbare Features. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Wir sind ja auch ein IT-Unternehmen unter anderem. Deswegen gibt es die herausragenden Eigenschaften, wo wir genau aufzählen können. Was gibt es denn an Eigenschaften, die du jetzt nicht bei herkömmlichen Tools voraussetzen kannst? Und unsere Kundenberater helfen Ihnen natürlich auch dabei. Vitero.com vor Teile. Übrigens auch ein sehr schöner Artikel oder Bericht. Das E-Learning-Journal hat uns ja getestet und mit dem Prädikat exzellent bewertet. Auch sehr schön, finde ich, herauskristallisiert der Unterschied zwischen einem herkömmlichen Tool und Vitero. Und auch sehr, sehr gerne ein Preis, den wir jetzt ganz frisch gewonnen haben, zusammen mit der Sparkassenfinanzinformatik. Gemeinsames Projekt für Classroom. Auch gerade erst gewonnen. Auch ein ganz, ganz schöner Artikel, der das ein bisschen, die Unterschiede sehr, sehr schön beleuchtet. So, was geht Ihnen durch den Kopf? Das wäre sozusagen unsere letzte Interaktion bei meinem Slot. Da würde ich jetzt auch wieder Karten austeilen, die letzte Kartenabfrage beenden und würde sagen, ja, jeder kriegt zwei Karten. Dann ist okay. Und machen wir mal eine offene, personalisierte Kartenabfrage. Sie kennen es jetzt schon. Rechts haben Sie Ihre Karte draufschreiben, rüberziehen. Das wäre zu sagen, jetzt unsere Evaluation heute, das kleine Flashlight, um zu sehen, wie es Ihnen ergangen ist, was Sie vielleicht mitgenommen haben. Ja, Headset nutzen, ja, das ist, ne, man denkt, jedes Gerät hat doch jetzt auch ein Mikrofon eingebaut und Lautsprecher muss ich extra ein Headset haben. Aber das ist tatsächlich auch das, was wir empfehlen. Wir sagen, klar kannst du es auch ohne Headset machen, mit nahezu allen Endgeräten, ist schon alles mit dabei. Aber die Audioqualität ist tatsächlich besser. Es ist weniger stressig, weniger anstrengend, wenn man mit Headsets arbeitet. Keine Lautstärkeunterschiede, ne, man hat es auf dem Kopf auf. Und die Abstände bleiben gleich. Ja, vielen Dank. Super, du lese ich hier. Das freut uns natürlich sehr. Ja, dann ganz herzlichen Dank für das Feedback hier. Ja, dann sind wir bei der letzten Folie. Gibt es noch Fragen? Die Frau Rothacker hatte schon eine Frage gestellt, auch auf die Feedback-Seite. Und zwar fragt sie, wie geht man denn auf Datenschutzabfragen von TeilnehmerInnen ein? So, Kamera hier. Ja, Datenschutz ist natürlich ein wahnsinnig wichtiges Thema. Da haben wir sehr frühzeitig unsere Hausaufgaben gemacht und das Thema auch mit auf die LearnTech gebracht. Das ist ja hier sozusagen, wie jetzt heute treffen wir uns hier, weil die LearnTech zum zweiten Mal nicht im Januar stattfinden konnte. Ein persönliches ganz großes Anliegen schon immer gewesen, da unglaublich drauf aufzupassen. Deswegen A, wir sind ein deutsches Unternehmen, die Server stehen in Deutschland, sind entsprechend ISO-zertifiziert. Und wir haben natürlich auch im Raum aufgepasst, dass man nicht aus Versehen an irgendwelche Daten kommt, an die man nicht kommen soll. Kennen wir auch von Wettbewerbssystemen. Man nimmt ja oft dann gleich denselben Raum für die nächste Gruppe. Dann sehen Sie noch den Text-Chat von der Gruppe davor, ja, sogar noch Wochen später, obwohl Sie gar nicht dabei waren. Das kann bei uns gar nicht passieren. Text-Chat zum Beispiel nur das einsehbar, was auch dann abgeschickt wurde, als Sie selber im Raum waren, nur ein Beispiel zu nennen. Jetzt ist es natürlich bei Datenschutz und Personeninformationen gibt es natürlich schon Unterschiede, wie es bewertet wird in den einzelnen Unternehmen. Deswegen kann man bei Vitero auch sehr viel zentral für Ihren Mandanten in Vitero einstellen, wie Sie es haben wollen. Zum Beispiel, wer darf den Text-Chat rauskopieren? Niemand oder vielleicht der Trainer. Aus Betriebsgründen braucht er das zur Evaluation oder dürfen es vielleicht alle? Das kann hier zentral konfiguriert werden mit dem Auftrag oder mit einem entsprechenden Formular. Dann auch später oder mit dem Auftrag auch direkt. Und dann haben Sie die Sicherheit, dann kann auch Ihre IT, niemand kann das verändern, das können nur wir machen. Und das schafft natürlich auch viel Vertrauen. Deswegen sind wir auch sehr viel in Großunternehmen, Großkonzernen, öffentlichen Bereichen, weil wir gerade bei Datenschutz sehr, sehr viel Aufmerksamkeit drauflegen, dass Sie und Ihre Teilnehmer das safe sind. Vielen Dank noch mal. Ich würde sagen, Sie haben jetzt alle auch schon die Gesten kennengelernt. Die wurden ja gerade im Vortrag schon vorgestellt. Dann können wir gerne einmal eine Runde Applaus. Vielen Dank, Herr Kempf, für die Einblicke, Invitierung. Vielen Dank, Herr Kempf.